Warum einfach, wenn's auch schwer geht? Das denkt sich hier wohl Profitourner Fabian Hambüchen. Wobei diese Übung für den Olympia-Goldmedaillengewinner von 2016 vermutlich gerade mal ein angemessenes Warm-up ist. Ja, der 34-jährige Rec-Künstler kriegt einfach nicht genug von Akrobatik. Und fast immer dürfen wir dabei einen Blick auf seinen absolut durchtrainierten Körper werfen. Nicht so aber beim deutschen Sportpresseball, der am 6. November 2021 in der Altenoper in Frankfurt stattfindet. Hier schmeißt sich der Geräte-Touren-Weltmeister von 2007 ordentlich in Schale und trägt Anzug. Kein Trainingsanzug, versteht sich. Zu einem weißen, edlen Hemd kombiniert der gebürtige Bergisch-Gladbacher eine schwarze Fliege. Da hat sich aber jemand schick gemacht. Doch seine Begleitung übertrifft alles. Freundin Viktoria Feldbusch erscheint nämlich an Fabians Seite in einem langen, hellen Dress, das mit goldenen Pailletten besetzt ist. Dazu trägt die Fitnesstrainerin ein passendes Make-up und strahlt nur so neben ihrem Liebsten, den sie um ein paar Zentimeter überragt. Ja, diese beiden, die sich 2016 beim Crossfit kennenlernen, sind zwei echte Turteltauben, die die Finger nicht voneinander lassen können. Klares Statement des Powerpaas, nicht nur beim gemeinsamen Trainieren, sondern auch auf dem roten Teppich machen Fabian und Viktoria eine mehr als gute Figur.